So Leute, jetzt guckt euch mal den Endlauf an zu meinem Abschiedsrennen in Jübeck, wo Karl Mayer einfach losfährt. Guckt mal den dicken Strahl da, was da hinten rauskommt. Und ich bin der mit dem grünen Hinterrad immer fein säuberlich, so wie sich das gehört am Start, ohne zu bekacken. Aber schaut mal, was jetzt passiert. Auf und davon, Karl Mayer. Und ich war nie um mein Leben. Auf und davon, Karl Mayer. Auf und davon, Karl Mayer. Und ich war nie um mein Leben. Auf und davon, Karl Mayer. Und ich war nie um mein Leben. Und ich war nie um mein Leben. Und ich war nie um mein Leben. Auf in die letzte Runde, Karl Mayer, Egon Müller, Gerd Riss. Kann Egon es noch schaffen? Ein ausgeglichenes Fahrerfeld, nur noch ein technischer Defekt oder ein gravierender Fahrfehler kann am Einlauf etwas ändern. 10.000 W-Mark für Karl Mayer, 5.000 für Egon Müller, 3.000 für Gerd Ress. Egon Müller. Eine Legende geht und sagt Bye Bye. Egon Müller. Egon Müller.